Herzlich Willkommen zum Unternehmerforum Wuppertal. Wir wollen reflektieren und wir wollen aber auch fragen, wie das Querdenken zum Beispiel in der Praxis aussieht. Die deutschen Banken haben ganz hervorragende digitale Lösungen. Wir müssen sie nur unseren Kunden kommunikativ deutlich näher bringen. Ich freue mich auf einen spannenden Abend. Inzwischen bin ich nach fast 20 Jahren Digitalisierungserfahrung überzeugt, dass das, was uns widerfahren ist, jeder einzelnen Branche widerfahren wird, ohne Ausnahme. Es geht darum, das Establishment anzugreifen, die Welt zu verbessern. Warum ist jetzt im Jahre 2016 in 95 Prozent aller traditionellen Banken noch immer nicht möglich, eine sofortige Gutschrift des Geldes zu veranlassen, sodass es bei ihm sofort Pling macht? Das sind die disruptiven Flanken, die man für Angreifer öffnet, wie zum Beispiel PayPal. Hüten Sie Ihr eigenes Genervtsein wie einen Schatz. Damit können Sie reich werden. Das macht das Silicon Valley. Nervereien abschaffen. Wer die Kundenbeziehung nicht hat in der digitalen Zukunft wird von den Plattformunternehmen abgehängt. Jede Transaktion, die Sie im Apple Store machen, die ganzen Zahlungsströme weltweit und global, das macht, das soll keine Werbung sein, die Deutsche Bank. Wir haben die Technologie. Wie können wir das, was wir auf diese Plattform bringen, wissen, wie können wir vom Hersteller zum Teilhaber werden, Teil dieses Ökosystems werden. Wir sind zwar eine kleine Firma, vertreiben aber unsere Produkte global, weltweit und Zeit ist gerade in dem Markt, in dem wir uns befinden, im Life Science Markt, enorm wichtig. Wenn Sie der Erste auf dem Markt sind, haben Sie natürlich Wettbewerbsvorteile. Ja, ganz hervorragend. Ich fand das Thema hervorragend. Ich fand die Referenten sehr gut. Man hat einen sehr guten Überblick bekommen auf das, was uns jetzt im Rahmen der digitalen Transformation erwartet. Ideen zum Querdenken. Manchmal die Dinge etwas anders sehen. Bisschen verdreht auf dem Kopf. Mir hat das Umdenken gefallen. Vor allem, dass das Ganze positiv auch gesehen werden kann als Chance. Vielen Dank. Vielen Dank.